hey ho leute guten abends wir können was sagen gute nacht herzlich willkommen zu einer neustartrunde von survival games mir hat leider vorhin einen hund reingeschmissen aber nicht so nichts für unguts ich hatte nur noch eine weitere folge draußen also eine weitere folge auf dem desktop und sozusagen wenn ich eine weitere folge auf dem desktop habe haus mir leider einen hund rein tut mir leid aber dafür kriegt ihr heute ein und ich bedanke mich für alle fällen für 48 abonnenten ihr seid einfach die allerbesten die aller coolsten ihr seid der hammer junge schaffen wir die 50 abonnenten noch ich verspreche euch ihr kriegt ein special bei 50 abonnenten kriegt ein special nur ich muss mir noch überlegen was ich für ein special mache aber auf jeden fall kommt ein special das ist das ist versprochen da könnt ihr mir ja helfen was ich so für ein special bringen soll vielleicht habt ihr da ideen oder so ja und wenn wenn euch meine meine let's plays gameplays videos gefallen lasst einen daumen hoch da lasst ein abo da um keine weitere folge mehr zu verpassen und dann würde ich mal sagen ist das heute also ist es heute die erste folge von survival games mit dem lieber lieben daniel und ja wenn ihr mal mehr sehen wollt dann lasst doch einen daumen hoch da dann werden auch mehr 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 gameplays mit daniel kommen oder auch mit sui oder was auch immer wenn es mir natürlich kein hund rein rein wirft hoffentlich ich will mal wirklich das alle mitmachen genau genau wenn ich schon anspreche alle mitmachen dann bitte an alle meine abonnenten was ich jetzt habe wenn ihr mal bock haben wenn es mir kein hund reinschmeißen das aufnahmeprogramm bitte kommt man wirklich alle auf komme oder kommt alle mal auf bilder.net drauf und dann sagt man alle mal entweder survival games badwars oder irgendwas was ihr euch wünscht so wo ist denn der kleine hier abgehauen alter jetzt bin ich den nicht ja wie gesagt kommt als würde ich mich freuen wenn man alle abonnenten von mir hier rauf kommen und mit uns badwars oder sowas sagt wenn alle zusammen sind dass man auch so zu sagen ein abonnenten treffen auf minecraft machen kann und zusammen ein gruppe vor gruppen foto machen kann das wäre sehr sehr nice und ja das wäre heute somit die erste folge von survival games auf bildhive.net ich verlinke euch natürlich den link von diesem server in meiner infobox und ja ihr könnt mir auch gerne in die kommentare reinschreiben über was für ein thema man so reden kann oder was ihr für ein thema was ihr für ein thema wichtig findet oder was für ein thema euch interessiert das würde mich nämlich auch interessieren was euch für ein thema interessiert boah da hat er mich schon geschnesselt ja wie gesagt ich spreche nochmal ein thema an und zwar ist das das neue update was kommen wird von von minecraft und zwar das 1.8.9 das ist aber noch nicht das ganz brandneue ich weiß nicht wann das 1.9 kommt auf jeden fall kommt nochmal 1 1.8.9 aber da werden halt nur bugs fixiert was heute also was was heute auf minecraft kursiert und aber eine blöde nachricht dazu in dem in dem text ist gestanden dass nochmal ein nochmal ein scheiß ding kommt nochmal ein bug kommt und zwar das der block bug und soviel ich vermute mit dem block bug ist das so einer wenn du entweder einen block abbauen willst oder einen block dran bauen willst dass der sich dann entweder weg bug oder dazu bug so äh so finde ich das irgendwie und ja ihr könnt mir gerne mal in die kommentare reinschreiben wie ihr das so findet wenn das update rauskommt und die bugs fixiert werden wie würdet ihr das finden wenn dann nochmal ein bug wäre also es wird ein bug sein das haben die reingeschrieben aber ja ah fuck alter ich bin runter gefallen ja und natürlich wenn euch meine videos bisher gefallen haben ich weiß dass es euch gefällt sonst hätte ich ja nicht ganz runde 48 abonnenten ihr seid echt wirklich der hammer ihr seid die obergeilsten alter wirklich ich bin echt starb durch fallschaden ja nice also super ich hoffe ich gewinne hier dass ich den schnitzeln kann ach scheiße ich komm hier nicht raus verdammt ich bug hier fest siehste das ist eben das was ich gesagt habe ah jetzt bin ich raus hier wir gehen in 60 sekunden oh gott ich hab nicht mal alter ich hab hier nicht mal ein equipment wie soll ich wie soll ich das deathmatch gewinnen ich hab nix null niente ich hab hier echt nix da verliere ich hoch da verliere ich echt hochkant ich muss hier schnell was irgendwie finden aber ich werde sowieso verlieren in 30 sekunden verdammte scheiße so schnell find ich hier nix in 20 sekunden wo ist denn bitte hier eine truhe ich brauch unbedingt eine truhe wo irgendwas drin ist hier liegt zeug und sachen nice 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 sehr sehr schön sehr sehr schön nice was zu essen wunderbar fuck nein ich bin in lava gefallen nein verdammte scheiße nein ja gut freunde dann war es das für diese folge dann würde ich sagen danke fürs zu sehen und bis zum nächsten mal wenn es heißt eine weitere folge survival games mit dem lieben daniel und mit dem marsi da ne dann sage ich schon noch danke fürs zu sehen und haut rein machts gut und tschüssikowski